Vor uns liegt ein Weg in eine ungewisse Zeit Für Schatten und Licht und wer weiß wie weit Hallo Immer noch Soli und Salz, haben wir dabei, Aris? Ja Ja Und ich dafür nicht Ja Und heute dazu ist übrigens der liebe Andris gekommen, schön Konnichiwa Hallöchen Gaming-Base Oh, der Ausnahmefehler ist wieder da Uff Nein, 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 nein Oh, wir müssen rechts hin Ja, wie böse, wenn man Ja, ach komm Und dann auf dem Bremsstrom Ja, nee Okay, Andris wird den Punkt als erster haben Ich stehe aber noch, ich drehe Am Rad? Nee, eine Zigarette Achso Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Ey, das ist für ein bisschen So, jetzt Voll überdreht Ein bisschen mager So Bambi-like Kammer Ja, Kammer Ja, Kammer Man muss echt genau mittig in den Hügel nehmen Ja Okay Okay Aber das kriegen wir auch Ah, ja doch Das kann man schaffen Und viel Erfolg beim Fangen, Alex Tschüss, Alex Nein Wer ist hier, hat schon den Bremssprung Warte was Ich habe keine Ahnung, wie man den Bremsen machen muss Äh, schnauze nach vorne Und wenn du drauf bist, dann nach hinten ziehen Je mehr du ziehst Damit beeinflusst du die Richtung Oh, fuck Okay, Sarah Verdammt, ich bin auf der Bremse gelandet Emma, es ist gut, Süße Hör auf, rumzumotzen Du hast eine neue Nein, leck mich, Aris Naja, lass mal Sarah, darf ich mir mal die Ente ausleihen? Ich glaube nicht Ne MAU Brauchst du Lala? Ich kann dir das Ding aus Ne, ne, lass mal Also, ja Also ohne den Baum wäre ich hier glücklicher Ja Hast du viel mehr Zeit Dein, sieht doch noch richtig geilen Scheiß aus Muss man ehrlich zugeben Aber der Anfang hier Alex, böser Junge Der Anfang ist leider sehr mager Jetzt weißt du, warum man uns nicht gegrüßt Ja, okay Dann möchte man auch nicht gegrüßt werden, Freunde Ja Deine Muschings weiß Mal die grünen anderen Dann kann man die rauskäptchern, Leinpinguin Mhm Green Screen Nett zu weiblichen Menschen Ja gut, theoretisch kannst du auch weiß rauskäptchern Ist aber ziemlich ungünstig Ja, vor allem wenn du weiß gewiss bist Wie Endres Ja Deswegen gab es damals im Film Blue Screens Und jetzt wird nur noch mit Green Screen gearbeitet Äh, nein Ich bin nicht nett zu weiblichen Menschen Ich bin zu niemandem nett Ich würde sagen Habt ihr Endres hier mal Oh, okay Ja, das ist die Toilette Kann mir auch keiner irgendwas vorwerfen Ich mag niemanden Okay, das ist entschieden Hey, Digga Ich habe manchmal das Gefühl Der ist nicht richtig ausgeteilt Ich darf manchmal die Mauer Wo wir drüber fliegen Das ist mir noch nicht passiert Aber Ja, Leinpinguin Aber dafür muss ich gar nicht mögen Leinpinguin Er kann Er muss aber nicht Ich weiß nicht Ich glaube der Flip war geplant Dass man rückwärts landet Aber irgendwie Klappt das hier nicht Was für ein Flip, Mann? Was sollen wir das wissen? Ja Ich habe es endlich Nach Versuch Nummer 3708 Ja Ja, dann viel Spaß mal hier Anime Ich glaube Konnichiwa Ach, guck mal Joshua Hallo Yoshi Ich brauche Urlaub Ja, das war falsch, Freunde Ja, Joshua, du hast richtig Die Ente ist wieder da Hallo Die Ente Unwurster Sound Das wusste er schon Das hat er schon so ein bisschen mitgefächert Also der Flip Uh Ich glaube, wir müssen uns rückwärts Der ist ein Wampel, oder? Ja Der Yoshi, der ist nämlich so toll Der hat am Montag Ein Vorstellungsgespräch Ja, aber ich weiß nicht, wenn man sich in der Tube drehen soll Ich habe einfach Choralle gemacht Was willst du eigentlich von mir, Junge? Konnichiwa Ich kann die doch nicht nach oben lang Tschüssi, Alex Tschüssi Konnichiwa Hallo Skyler Hallöchen Skyler, wie geht's dir? Ja, ich kenne die, die darf hier sein Boah, dieser Mapabbauer kann man nur sagen Fick dich, weißt du? Deine Eltern sind doch Geschwister und treibst echt mit ihm, Junge Peter, Sarah Ich liebe diesen Kläppchen Sarah, du weißt ja, wenn du sanft den Schaft massierst, wird's größer Vielleicht steigert das denn empfangen Wow Ja, steigert das noch bessere Hälfte Ciao, ciao Ich kann, ich kann diese Drehung nicht Also besser kann ich jetzt nicht so sagen Aber sie ist zumindest eine Hälfte von dir, ja? Gemerkt, es ist doch lange nicht vorbei Nimmst du mit, damit irgendwas sagen, Alex? Du weißt noch nicht, was kommen wird, sei bereit Schau gleich nach, Freunde Auf jeden Fall für die Spende, Freunde, machen wir den Punkt jetzt Das war der Yoshi mit 1, 2, 3, 400 Bits Boah, ich kann bis 400 zählen Was, du kannst bis 4 zählen? 400 Easy, 400 Bits Danke dir, Joshua Und bis gleich zu Hause Ich bin schon längst hier, du Hans-Küpper Nein, ich bin ein Trottel Ich bin bei dir am Gleichpunkt Ist dir das schon aufgefallen? Ich bin Zweiter Und du bist auch? Ich bin Erster Bist du nicht Doch Nein, bist du nicht Was ist das denn? Ich hab den Stream auf dem Lappen Der Conan-Sklave sollte seinen Mund töten Sonst wird Sklavenrat aktiv Pff, was? Hab auf das Sklavenrat, mir lieb Hier bin ich kein Doch, hier bin ich auch Sklave Was mache ich falsch? Äh, nö Hä, wo muss man denn sein? Aber hier werde ich wenigstens bezahlt Ich raffe, ja? Also ich Ja, mit Liebe Und alles nur Wow Ja, bei den Herrinnen kriege ich nur Schläge Wow Und ab und zu eine Suppe Na, warte Das klären wir Ich hab trotzdem noch keinen Plan Das ist ein Pfeil, Aris, aber Hä? Ja, ja, gegen den Pfeil Ich hoffe mal ganz fleißig Auf jeden Fall, Joschi Vielen Dank für die 400 Bits Müssen wir drüber flippen? Ich hab keine Ahnung Das ist schön, Joschi Das freut mich Auf jeden Fall Die Wendung fiel ich trotz allem geil Auch wenn ich noch nicht weiß, wo ich hin muss Danach, Aris Oh, finally Äh, ich bin jetzt einfach mal da rüber gesprungen Da kannst du mal auf eine Tube-Karte springen Wenn ich gerade ausspringe, würde ich sagen Ja, ja, ich bin jetzt hier auf einer großen Tube Ja, ist klar Jetzt kommt's hier in der Automatik Jawohl, das Ja, ist es, Anime Geil Oberhalb des Pfeils Und zack Ich hab den Punkt Geiles Ding Mega Muss man nur Nein, der Anfang Der hat mir gar nicht geschmeckt Sag ich mal so Ja, gut Dieser Bremssprung Die beste Rüstung des Spiels Hab ich vielleicht dir zu verdanken, Skylar Vielleicht Vielleicht Der hat einfach nicht gebacken Die beste Rüstung? Was hab ich verpasst? Äh, du warst lange weg, oder? Mhm So ein bisschen Age of Conan Wow Es ist ein Automatik-Part Rate mal, wer ist verkackt Äh, Salzy? Nicht mal in Ernst, oder? Nein, ich komm Bleib dumm Aris, kannst du mir mithelfen? Ich komm nicht hoch Aris, hilfst du mir? Möchtest du ihm vielleicht die Hand reichen? Ich bin beschäftigt Aris, hilf dir dabei, Freunde Hallo Lass mich Gerüchte streuen Lass mich in Ruhe, Alter Nein Du kannst keine Gerüchte streuen Die vermischen sich mit Soulhammer Der liegt da auch schon rum Der ist auch schon gestreut Nein, nein Leck mich Ich hab Soulie nur wegen der Schleimspur gestreut Achso Boah, finally, ey Ja Ja, dieser Bremssprung Der hat, glaub ich, alle getriggert Haben's mit dabei eigentlich jeder, dem Bremssprung? Weiß das jemand? Nö, ich steh drauf Oh, geil Nur ein großer Träum Doch ich weiß, es kommt wieder Aris, ein Heffer in allen Lagen Ich würde das umformulieren Wer denn dann Meine Träume war Skylar, vielen Dank für dein Follow und willkommen in der Familie Nein, Pinguin, ich würde das umformulieren Ich würde sagen Aris Die helfende Hand in jeder Notstandssituation Und, äh Ich finde nicht, dass es da was zu cutten gibt Oder zu schneiden Oder zu piepen Skylar, du sagst, wenn du Endres häufiger erkennst Das ist belastend Ey, man, wir müssten wieder ganz viele Videos piepsen Ich war wieder fleißig Ey, nee Endres ist böse, meinst du, Aris? Immer Das ist fest eingebaut. So, jetzt komm ran hier. Ich will eine Abendmacht reißen. Nee, ich habe mir nochmal das Flugzeug angeguckt. Und ich kann nicht sagen, das hat so die Enden aus. Ja, ich weiß. Ich wollte eigentlich wieder mit Salz die Händchen halten, aber der schafft es irgendwie in dieser Map hier nicht. Nee, ich komme mit der einen Tube hier nicht klar mit dem Rückwärtsfahren. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ey, Junge, dieses Flugzeug ist aber auch anders geil. Ich schaffe mich zwar zu drehen, aber ich schaffe es nicht, dann irgendwie die Höhe hinzukriegen. Ach, da ist der Bumper. Ja, der ist oben. Ja, super. Ich habe den jetzt, weiß ich nicht, wie lange ich hier unten gesucht bin, weiß ich nicht, wie oft ins Wasser gefallen. Warst du ein Pflanzel, Alter? Ja, nie, klar. Ja, ich bin ein Trottel. Ich stehe dazu. Aber ein liebenswerter Trottel. Naja, Ansichtssache. Frag mal die Leute, die mich kennen. Wir sind ins Wasser gefahren, ey. Und Aris ist inneres liebenswürdig? Nein. Ich brauche mich auf mein Recht zu schweigen. Du darfst ruhig Nein sagen. Das ist okay. Nein. Ein ganz klares Nein. Siehst du, Skyler kennt mich auch schon. Die sagt, ein Trottel? Ja. Liebenswürdig? Nein. Keine weiteren Fragen, Skyler. Ich arbeite doch nicht umsonst so hart an meinem Ruf hier. Hallo, Shefingo. Ja, schlimm ist es dann, wenn du unterwegs bist und dann deinen einzigen Kaffee auch noch verschüttest. Na, schlimm ist das nur, wenn ich den auf das Handy anderer Leute schicke. Aber wer würde sowas denn machen? Oder sein Handy im Zug liegen lassen, Andres? Das würde ich nur einmal im Leben tun, hoffentlich. Noch einen kleinen Bremsschwung und dann haben wir es, glaube ich. Ja, dann hast du es. Hier, guck mal, der Bremsschwung ist, Freunde, ohne diesen Zufallsstein, dann geht das nämlich auch. Andres, soll ich deine Cousine anschreiben? Ach, Lion Pigouin, das kann ich selber. Ich wollte sagen, da brauchst du noch nicht mal die Nummer davon. Weg da mit dem Kaffee. Botanica, kannst reinfahren. Geht doch. Ui. Guck mal, wenn wir noch Salzi und wo Salzi sie sehen, Freunde. Ladies and Gentlemen, damit sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, dropt mal eine positive Bewertung. Würde uns sehr freuen. Unbedingt die Videobeschreibung abschecken, ja. Da findet ihr nämlich die lieben Anime-Commerce. Oder die Ente. Halt die Klappe, Soli. Das ist eine Abmod. Ja, ist es. Ihr findet in der Videobeschreibung natürlich auch die beiden Zuckermaps zum Selberzocken, unserem Partner Instant Gaming, dem Merchandise und so weiter und so fort. Ihr kennt den Text. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und auch einen wunderschönen Tag. Tschau. Tschau, tschau. Tschüss.